Ich begrüße den Lothar Theismann ganz herzlich. Hallo. Also dieses Flamenco ist völlig irrational, aber der Sound ist einfach so gut, will ich machen. Ich habe irgendwann die Chaconne von Bach von John Williams gespielt gehört, das war eines der Schlüsselerlebnisse. Also wenn man in Deutschland als deutscher Musik macht, die vielleicht sonst spanische Gitarristen oder sonst was machen, es ist einfach, wenn die Leute das blind hören würden, würden sie es vielleicht nicht denken, dass ich gerade aus Deutschland komme. Das ist ein großes Thema. Wie bist du dann zur Gitarre gekommen? Ich habe einfach angefangen, weil mich der Sound fasziniert. Wie alt warst du da? Das ist so wie mit dem Bergsteigen, der Berg ist da, so geht man hinauf. Das ist so wie mit dem Bergsteigen, der Berg ist da, so geht man. tomorrow. Das ist so wie mit dem Bergsteigen. Das war das Shimmer. Da war das für mich. Das war das Sprache.